Hi, Hallöchen und Willkommen zu etwas anderem und zwar Minecraft mit einem Gast, dem lieben Salva. Hi, hi. Und wie man es gleich erkennen kann ist das eine besondere Map, es ist der Dropper 2, ist es der Dropper 2 oder? Ja, der Dropper 2 und das ist eine Map, wo man fällt, denke ich mal. Ich habe noch nie gespielt, das ist für mich blind. Ich habe es nur mal in ein paar Videos gesehen und ich sage mal, wir legen da mal los, oder? Ja, also für alle, die es nicht kennen sollten, da sind halt mehrere Maps und dann muss man gucken, dass man auf den Boden kommt ohne zu sterben. Ja, genau. Oder halt in ein Loch, keine Ahnung. Oh, es geht schon los. Oh, okay, Moment mal, ich mache mal kurz auf Vollbild. Ich glaube, ja, ich mache mal kurz auf Vollbild, es leckt gerade bei mir irgendwie. Professionalität plus 5. Why is it lagging? It's lagging. Es leckt. Ich habe kein Bild. Schneiden wir das raus, ja, ne? Ach, jetzt geht es, ach so, Moment, nee, nein, wir schneiden es nicht raus, warte mal. Wie mache ich auf Vollbild? Ach, mit F11, ach so, F10 war irgendwie Pause oder so. Ich bin gerade schnell irgendwie, warum bin ich jetzt so schnell? Das ist wegen dem, das, äh, hab hier. Ist sowas passiert, wenn ihr Profi, Let's Player am Werk sehen wollt? Hey. Fangen wir mit der ersten Map einfach an, würde ich sagen. Ja, wo ist sie denn? Hier bei mir, einfach auf den Knopf hämmern. Number one, Rainbow. Aha, wo bin ich jetzt, ach so, aha, oh. Oh, ich kann mich aber nicht bewegen, warum? Dann springen. Wieso kannst du dich bewegen und ich mich nicht? Du kannst mich auch nicht... Wenn ich dich schlage, nee, wenn ich dich schlage, auch nicht. Nee. Was ist das? Warum kannst du dich nicht bewegen? Leg einfach mal los. Okay, wie denn? Ach, so von hier, ach so, okay. Nein, da ist ein Knopf, der muss den Knopf drücken. Moment, bin sofort wieder für sie da. Okay, mach du mal dein Dingens da. Wie komme ich denn jetzt hier? Ach so, oh, ich falle. Oh, wir fallen, oh fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aua. Erfolg. Wie ist es, okay, geht's bei dir jetzt? Ja, jetzt geht's bei mir. Okay, alles klar. Wie ihr schon erkennen könnt, sind wir professionell. Ja, wir sind hier die Pros, wir sind, äh... Gronkh. Können wir grad sagen, Gronkh und Sarats, warum falle ich hier nicht da durch? Ey, was ist das? Äh, wie viele Läser hab ich denn überhaupt nicht hab? Ja, okay, 70 ist doch okay. Äh, Manu. Ich komme ja nicht mal in die Nähe von dem Ding. Ja, bei mir auch, ich komme da nicht mal irgendwie ansatzweise nah. Da, ran. Vielleicht müssen wir uns irgendwie an eine bestimmte Stelle stellen. Ich weiß, dass es normalerweise so gelbe Punkte gibt. Ich bin fast drin gewesen. Oh, meine Fresse. Ähm, Moment mal. Okay. Das dauert mir zu lange, dieses 5, 4, 3, 2, 1, oh mein Gott. Äh, meine Fresse. Ich komme da nicht mal ansatzweise da ran. Ey, was ist das denn? Vielleicht stellen wir uns mal an eine andere Stelle. Ja, wollte ich grad sagen, vielleicht hat das damit was zu tun. Aha, ich glaube, ich bin drin. Nein, ich bin nicht drin. Nee, nee. Ich glaube, man muss sich irgendwie da ran stellen. Hier vielleicht irgendwo. Nein, nein. Stell dich mal auf die gelbe, auf die gelbe Säule. Ich bin drin. Ich auch. Ich bin gestorben. Du musst dich auf die gelbe Säule stellen, dann fällst du in einem runter. Ich hab's geschafft. Okay, warte. Ähm. Hm. Ich war zu spät auf der gelben Säule drauf. Rest in peace. Komm, los. Wir schaffen das. Du musst dir nur daran glauben. Ich bin von der gelben Säule aus gesprungen. Du musst auf der gelben Säule stehen bleiben. Ja, ich weiß. Warum schaffe ich das nicht? Okay, okay. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hi. Hi. Na, 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 na. Hallo. 6 Fails. Stopp. Ich hab 9 Fails. Oh mein Gott. Ich bin halt besser. Gut. Da ist ein Diamond. Ja, den hab ich da rein gezahlt. Wir müssen dann jeder Map einen Diamond finden und dürfen. Ah, okay. Zur geheimen Map. Oh, okay. Wow. Fangen wir direkt an mit 2. Isengard. Ich kenn nur Asgard. Oh, Isengard. Okay. Äh. Ich falle und fleht alles. Ich auch. Jetzt bin ich in einem Koppel. Web. Aber das ist aber nett, dass wir da so aufgefangen worden sind. Siehst du, hier ist zum Beispiel dann so ein gelber Block und von da sollten wir aus ideal. Kann ich jetzt mal bitte hier da rauskommen? Ich drück einfach mal den Button, ne? Ja, mach doch mal. Aufs Gelbe. Aufs Gelbe. Oh. Hä, was ist das denn? Achso, nee, wo sind wir jetzt gerade? Find a way to reach the button of the level. Find a way to top. Find a way to reach the button of the gelbe button. Was machen wir jetzt? Wir springen beide von woanders. Okay, ja, äh, ich bring mal, Alter, guck mal, wo ist's. Oh mein Gott, nein, äh. RIP. Ich wollte Shift drücken. Bye. Oh, ich hab den Ausgang gefunden. Ich bin unten. Ich hab schon 10 Fails. Oh mein Gott. Man sieht schon, dass ich nicht der beste Minecraft-Spieler bin. Du musst da runter, wo ich runter bin. Ja, wo ist denn das? Ja, entgegengesetzt von da, wo du gerade runter bist. Denkst du ernsthaft, dass ich mir merke, wo ich runterfalle? Ah, Alzheimer. Von dem Schild, beim Schild, äh, rechts. Ah, na, von dem Schild aus, oder von... Ja, von dem Schild aus, rechts. Ah, okay, 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 okay. Einfach runterspringen? Ja. YOLO. Anlauf. Okay, ich hab's geschafft, glaube ich. Ja, doch, ich sollte es schaffen. Yay, ich bin da. Ich seh das nicht. Mach die Augen auf, ganz ehrlich. Getaunt. Getaunt. Warte, push the blue button to go back to the first room. Nein, da werd ich nicht hingehen. Sind jetzt irgendwie nicht... Müssen wir jetzt nicht irgendwas finden hier? Hey, oh mein Gott, du bist woanders. Ja, eigentlich hätten wir irgendwo einen Diamanten finden müssen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das auch tun sollten. Hier sind Bäume, meinst du, der ist es irgendwo hier zwischen den Bäumen versteckt, der Diamant? Sollen wir jetzt Diamond Hunt machen? Diamond Hunt. Ich glaub nicht, dass sie jetzt hier irgendwo sein sollten, oder? Oha, das ist voll die Suche. Ja, ich wollt grad sagen, das sieht mir zu groß aus hier gerade. Können wir da nochmal hoch? The black button gives the jump and resistance. Boost for a few seconds. Wow. Ja, man kann also hoch springen. Ach so, doch, ich weiß, ich weiß das wieder. Ich hab das mal gesehen bei Zombie, mein ich. Man muss den schwarzen Button drücken. Und irgendwo hoch? Genau, weil der Diamond ist irgendwo beim Turm, also irgendwo in der Mitte da. Ist der da? Oh ja, also suchen wir das jetzt, okay. Ich denke doch, dass wir sterben werden, weil das ist schon... Ne, ich hab's überlebt. Ich bin jetzt aber irgendwo am Arsch der Welt. Ich hab's beim Runterfallen auch nicht gesehen. Ich bin tot. Oh. Ich fall grad. Ähm, ich such mal kurz die Kiste. Hä? Ich seh keine Kiste. Ähm, also wenn wir zu lange brauchen, würd ich mal sagen, no diamond for us, Alejandro. Ich seh auch irgendwie kein... Ich seh keine Kiste. Ich seh einfach mal gar keine Kiste. Irgendwie soll man da eine Kiste finden bei so einer... Bei so einem... Bei so einer Anzahl an Blöcken. Warum hast du keinen... Ach, du hast grad keinen Skin gehabt, aber der ist wieder da. Hi. Ich bin Tony Stark. Ist das Batman in deinem Skin? Wo ist denn jetzt die Truhe? Ich bin Super Mario. Ich bin Pikachu-Mon. Bist du ein Digimon? Wo sind diese scheiß Truhen jetzt? Beziehungsweise wo ist diese Truhe? Äh, ich krieg zu viel. Erfolgreiche Let's Player. Ich hab überlebt. Ich nicht. Warum hab ich den Fall überlebt? Ich hab keinen Schaden genommen. Ja, weil du Resistance hast. Wahrscheinlich warst du schnell genug wieder ohne. Ach so. Ah, that makes sense. Ah, did you want? Hm. Ich find hier nix. Ups. Hier ist irgendwie so eine... Hier ist eine Tür irgendwie. Hier ist irgendwie eine Tür. Sollten wir weitergehen? Fragezeichen. Da, ich hab die... Ich hab die Tour gefunden. Ey. Komm mal mit. Aber... Aber wie... Ja, doch, ich weiß... Okay, doch, ich weiß... Okay, doch, ich hab's. Ich hab es. Yay. Okay, lass uns den blauen Klopf. Hast du den Diamant? Warte, nein, ich muss noch kurz dahin gehen. Warte mal. Hä, ne Tür? Oha. Ja, hier ist eine Tür. Ich hab dich einfach nur an mir vorbeifliegen gesehen. Warum sterbe ich die ganze Zeit, wenn ich da auflande? Ich muss doch ganz schnell springen, glaub ich dann, ne? Hey, ich hab's überlebt. Und ich bin wieder gesprungen. Ich hab's überlebt, okay. Nein, warum... Ich bin auch wieder gesprungen. Komm, wir müssen ein bisschen warten. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja, ich glaub, wir müssen ein bisschen warten. Der Skillage is real. Okay, das ist ja mal der Burno. Wie lang geht der Sprung noch? Okay, fertig. Yeah. Ich bin nicht aufgekommen. Ich hab den Diamanten reingelegt. Wir können weitergehen. Achso, okay. Gut. Ich wollt den nehmen, Mann. Oh, den Essen darfst du haben. Okay. Yay. So. Hm, ich will nicht sterben. Nein. Ich bin gestorben. Oh. Ich hab schon 17 Films. Wo bist du? Ah, da. Bin hier. Hi. Nein, 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 nein. Aua, stopp. Stopp. Neo, oh. Matrix. Ich hab Angst davor. Ist das böse? Äh, ne Bücherei. Was ist hier? Level 3, Neo. Don't see the water, just reach the floor. Hä? Was wollen die von mir? Ich will nicht auf den floor. Oh, ich glaub, ich bin grad zurückgegangen. Tschü. Oh man, jetzt bin ich... Oh mein Gott, wie geil das aussieht. Was denn? Ja, das Level. Warum denn? Ja, guck mal, drück den Knopf, nicht den roten. Hast du wieder den roten gedrückt? Ne, hab ich nicht. Welche Knopf denn? Hier den Knopf. Und jetzt? Ja, jetzt. Guck, wie geil das aussieht. Matrix. Oh, ich hab die Kiste gesehen. Ich bin gestorben. Ich auch. Hä, was heißt denn? Aber wieso sollen wir denn... Gibt's jetzt kein Wasser, oder was? Ne, ich glaub nicht. Aber ich hab die Kiste gesehen. Ja, ich hab auch was gesehen, was Kiste... Wobei... Ich fall immer auf diese grünen Dinger da. Was ist das? Das Kiste. Kiste. Wer ist das? Ne Freundin? Kiste. 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 Achso, wir müssen uns generell jetzt in die Abbremsen erst mal. Nein, du musst generell einfach nur gucken, dass du auf den Boden kommst. Der Boden bremst dich ab, da ist irgendwie so... Ach so, that makes sense. Okay, gut, dann müssen wir einfach nur auf den Boden fallen. Aber wie soll ich bitte das Managen dann nicht auf diese grünen Dinger da gegen zu knallen? Ich hab's auch hingekommen. Hingekommen. Deutsch hab ich natürlich nicht hinbekommen. Da, 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 da. Okay, Moment. Ich hab die Kiste im Vorbeifliegen gesehen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay, ich hab's... Ich hab's... Ich bin da. Ich bin da. Ich hab die Kiste in die Kiste getan. Äh, die... Den... Wie hast du das denn geschafft, da, äh, die Kiste da zu nehmen? Da ist wieder ein schwarzer Knopf gewesen. Wow, you're so skilled. Gehen wir weiter. Warum bin ich hier so langsam? Warum bin ich hier so langsam? Ich versteh' ich nicht. Auf dem... Auf dem blauen Knopf, oder? Auf dem blauen, ja. Der schwarze gibt halt wieder Jump Boost. Ach so, okay, ja. Dann geht doch einfach bis jetzt. So, alles voll easy peasy. Symbols. Hier, Symbols. Symbols. Ich hab irgendwie Angst. Ich kann nicht lesen. Mach's auch nicht. Ach so, dieser... Ach, das kenn ich sogar hier auch. Das hab ich auch gesehen. Ich kenn den Drop by 2, so. Ich hab hier mal... Vor Jahren mal geguckt bei irgendwie... Ich hab's doch bei Tommy, war das eigentlich. Das war einmal vor sehr langer Zeit. Memorize the Symbols. Ja, ja, ich weiß, ja. Oh, da oben ist ein Hashtag an der Decke. Also fast. Hashtag Dropper. Hashtag blessed. Okay, ich hab gedrückt. Oder sind wir... Auf gelb. Auf gelb. Es gibt gar kein gelb. Okay. Hä? Hä? Was? Hä? 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 Müssen wir jetzt... Hä? Man muss, glaub ich, äh... Das Symbol hier, glaub ich, äh... Das Symbol, was es gibt, oder was? Also die... Das, was wir da gerade sehen. Das da oben, glaub ich, hier gerade. Ach, die anderen gibt's gar nicht so. Nee, genau. Was ist das von der Scheiße? Also da sind halt vier Dinger und... Bei einem ist ein Loch drin. Bei... Die anderen drei sind... ...haben halt Stein, genau. Da hört man dann einfach nur... Okay, das eine, die sieht aus wie eine Peitsche. Okay, die Peitsche war richtig. Und dann Hashtag. Hashtag. Okay, okay. Und dann das da. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aufgebaut ist, gerade. Ich sterb die ganze... Ich sterb nur die ganze Zeit, aber, äh... Okay, jetzt bin ich raus. Noch nicht. Wie soll ich denn in die Peitsche kommen, ey? Also, ich hab gewonnen. Du musst dich auf den weißen Block stellen. Von daher kannst du am besten... Ach so, ja, okay, mach... Make sense. Nein, ich hab mich... Oh, ich bin dumm. Sag sowas doch nicht, Caroline. Also, ich glaub, ich muss jetzt... Äh, einfach mal... Rechts... Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und jetzt Dings... Ja, du musst halt immer in das Dings gehen, was es wirklich auch am Anfang gab. Im ersten Raum. You know? Äh... Okay, ich... Mhm. Das gab's nicht. Ups. Ach so. Es gab das. Ja. Das. Emre hat's raus. Aha, ich das... Okay, doch. Ich glaub, ich glaub's... Jobs. Ja, doch. Ich glaub, ich hab's gleich raus. Bist du Chopper? Nein, ich gucke keinen One Piece. Oh. Ja, Chopper. Ich hab die Kiste gefunden. Warum schaffst du alles und ich nicht? Warum bin ich so ein Club hier in diesem Spiel? Beyoncé... Ich hab gesagt, dass ich Vanilla Minecraft machen wollte, aber du willst ja nicht. Das war dir zu lame. Vanilla Minecraft ist zu basic. Ja, top. Ich hab was im Hals. Ich hab was im Hals. Hab ich gemerkt. Ich fall die ganze Zeit in diese scheiß Niedersteine. Mann. Vanilla Minecraft ist zu basic. Du wattnabbelst Niedersteine hier auf Sidian. Ich hab so lange nicht mehr Minecraft gespielt, ich kann nicht mal die Blocke... Die Blocke... Die Blocke unterscheiden. Weißt du, was so basic ist wie Vanilla Minecraft? Prism? Nein, Beck. Beck. Beck, ach Beck. Achso, Beck. Oh, rude. That was rude, Simon. Ach, der hat die Grammy Judges bezahlt. Aber okay. Aber mit welchem Geld denn, bitte? Ja, das, was er anscheinend für sein ach so tolles Album bekommen hat. Ich find die Kiste nicht mehr, Emre. Ich bin irgendwie eben dran vorbei. Ich find die. Doch, ich hab die grad gesehen, aber ich dachte, du hast das schon entleert. Oh, ich bin gestorben. Ich kann die Kiste mal entleeren, wenn du willst. Ja, wenn du dran kommst. Ich schaff's diesmal nicht. Äh, wo ist sie denn? Oh mein Gott, wo ist die Kiste? Ich weiß, wo die Kiste ist. Ach, du bist so gemein zu mir, ohne Witz. Das zeugt von mir. Ich bin 33 Mal gestorben, oh, das ist aber süß. Ich bin 33 Mal schon gestorben, 33 Mal. Kannst du denn schon so weit zählen? Oh. Sag nichts dazu. Sag mal. Mathe-Ecos. Ich war im Geek-Kurs, Alter. Ah, die Kiste. Nein, ich bin gestorben. Äh, was ist das für ein Spiel? Kann man vom Vulkan auch noch hochschwimmen im Vulkan? Nein, aber ich hab die Dinge jetzt... Oh, fuck, ich bin so doof. Ich hab dir die Kiste gesehen, aber ich hatte noch... Sagst du erst jetzt? Ich hatte Junkboost. Ey, um... Ey, diese Diamanten sind das Schwerste an der Map. Nein, 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 nein. Oh, doch. Oh, okay, doch. Jetzt hab ich's geschafft. I did it, I did it, I did it. Ich auch, Rab, ohne Kiste. Egal, ich hab reingetan, wir können weitergehen. Achso, du hast doch schon... Okay, wo ist das denn jetzt hier? Ah. Wo bin ich hier? Jetzt bin ich wieder tot. Tschüss. Let's push the blue button. Ey, du schwimmst an der Lava. Hi, wie geht's? Na? Wo ist denn der blue button? Ich seh den grad gar nicht. Komm zu mir und du musst ganz runter. Ah, sterb ich hier? Okay, nein. Da, am schwarzen vorbei. Ah, ah, aha. Ah, I got it. 22 zu 34. Ich brenne? Ja, toll, ich brenne hier, ne? Also doch nicht, okay. Du bist zu heiß wie am Vulkan. The tree. Are you, are you coming to the tree? Don't give me that oarworm. Was ist das jetzt? Wo bin ich? Ich bin nicht in die Map gekommen, also ich hab Knopf gedrückt, aber ich bin immer noch im Hub. Ah, jetzt zählt er runter. Für dich, danke schön. Ja, für mich. Du bist irrelevant. Ich hab der Tree ist nicht so gesund, wenn ich da gegen die Äste komme, aber ich hab's überlebt. Ah, jetzt. Hey.